Hallo liebe Freunde des TurboCard Racers, da sind wir wieder, bereit für spannende Rennen auf dem amerikanischen Minecraft Server Hypixel.net. Heute seht ihr ein Rennen gegen die Nummer 60 des Leaderboards, ein Wettkampf, bei dem ich lange Zeit in der Defensive war und kaum mehr auf einen Sieg hoffen konnte. Das Video zeigt aber einmal mehr, dass man in TurboCard Racers nie zu früh aufgeben darf. Mit Geschick und etwas Glück kann man auch ein Rennen gewinnen, das längst verloren zu sein scheint. Ich wünsche euch viel Vergnügen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's dann wieder. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!